Hit-Radio Namibia. Vielleicht können Sie einfach mal erklären, was ist eigentlich so ein schwarzes Loch? Das ist ja wahnsinnig komplex. Eigentlich ist ein schwarzes Loch das einfachste, was es gibt im Universum. Es ist unfassbar viel Materie zusammengepresst auf allerkleinstem Raum. Eine ganze Sonne zusammengepresst in einen Bereich, der kleiner ist als ein paar Kilometer. Eigentlich zusammengepresst in einem einzigen Punkt. Und dann ist die Anziehungskraft so stark, dass nichts diesem Objekt entkommen kann. Kein Licht, keine Information, keine Materie, alles, was hineinfällt, kommt nie wieder zurück. Und alles, was wir von diesem Objekt sehen, ist eigentlich dieses dunkle Loch in Zeit und Raum. Insofern sind schwarze Löcher eigentlich extrem einfach. Aber dann sind sie auch wieder die exotischsten und merkwürdigsten Objekte im ganzen Universum. Weil Zeit zum Beispiel langsamer läuft am Rand von schwarzen Löchern. Er erscheint sogar so, als würde Zeit stillstehen. Wenn jemand sich kurz über einem schwarzen Loch halten könnte mit einer Superrakete, dann würde er den Rest des Universums sehen, wie er sozusagen im schnellen Vorlauf sich abspielen würde. Und er würde vielleicht, oder er oder sie, würde zurückkommen nach Hause auf die Erde und dann wäre die Erde tausende, Millionen Jahre älter. Ist das schwarze Loch dann vielleicht unser Schlüssel zu möglichen Zeitreisen in der Zukunft? Sie wären ein Zeitspeicher. Also man könnte tatsächlich seine Zeit etwas langsamer laufen lassen und den Rest des Universums schneller. Zeitreisen kann man auch sich überlegen, aber das klappt wahrscheinlich nicht, dass man zurückreisen könnte in der Zeit. Und das wäre für das Universum wahrscheinlich auch eine ganz schlechte Idee, wenn wir das täten. Gut, dann legen wir das mal lieber beiseite. Jetzt haben wir aber gerade angesprochen, dass dieses schwarze Loch alles in sich aufsaugt, drumherum, inklusive Licht. Und es heißt auch noch schwarzes Loch. Auf der anderen Seite dieses nun so weltbekannte Bild der M87-Galaxie, das zeigt einen relativ hellen Ring um dieses schwarze Loch. Warum ist das so? Weil schwarze Löcher tatsächlich eigentlich der Punkt der Extreme sind. Und Materie, die hineinfällt, wird immer weiter beschleunigt. So wie wenn wir ein Glas fallen lassen oder irgendwas aus hoher Höhe, dann wird das immer schneller und immer schneller. Und alles, was in ein schwarzes Loch hineinfällt, wird so schnell, dass es beinahe Lichtgeschwindigkeit erreicht. Es bricht unfasslich hohe Energie. Und dadurch wird am Rand von schwarzen Löchern wahnsinnig viel Energie erzeugt. Schwarze Löcher sind dadurch nicht nur die dunkelsten Objekte im Himmel, sondern auch die allerhellsten, weil dort Gas auf hunderte Milliarden Grad erhitzt wird und Licht in allen Farben, die wir uns vorstellen können, abgestrahlt werden. Und was wir dann auf diesem Bild sehen, ist das Licht vom Rand des schwarzen Lochs, das sogar abgebogen wird, weil Licht sozusagen durch die Kraft der Schwerkraft so stark abgebogen wird, dass es im Kreis läuft. Es läuft im Kreis um das schwarze Loch herum. Und dann im Zentrum sehen wir die Dunkelheit, das dunkelste Dunkel, das es im Universum gibt, da wo das Licht verschwindet. Beides nebeneinander. Das hellste Licht und die größte Dunkelheit. Nun hört man bei Ihnen so ein bisschen die Leidenschaft dafür raus, was natürlich, glaube ich, auch ausschlaggebend ist für jemanden, der sich mit diesem Thema so intensiv beschäftigt hat. Vielleicht können wir ganz kurz erfahren, was das überhaupt für ein Gefühl war, das allererste Mal ein so unglaubliches Phänomen abbilden zu können. Es war immer so ein Fantasieobjekt, von dem man geredet hat. Es war Science Fiction. Wir dachten schon, dass es schwarze Löcher geben müsste. Aber es dann wirklich irgendwann zu sehen, das war schon ein erschlagender und erhabener Moment. Ich habe da also wirklich eine Stunde gestanden in meinem Büro und habe so ein bisschen, so einen halben Meter über dem Boden geschwebt. Aber dann fängt auch die wissenschaftliche Arbeit wieder an. Weil das waren ja die ersten Daten, die wir hatten. Deswegen musste man sich wieder zusammenreißen und sagen, ja, vielleicht haben wir uns ja auch vermessen. Vielleicht stimmt es ja gar nicht, was wir da haben in unseren Daten. Wenn das rauskommt, was man sich wünscht, wo man immer geträumt hat, wo man ja auch der Erste ist, der sozusagen auf der Welt, der sowas sehen darf. Da fühlt man sich wie Kolumbus, der einen neuen Kontinent entdeckt zum ersten Mal. Naja, er war nicht der Erste, es waren ja auch noch andere vor ihm da. Aber man fühlt sich als Entdecker und gleichzeitig als Wissenschaftler muss man dann auch die Skepsis bewahren und sich selber hinterfragen. Stimmt das eigentlich? Lügen meine Daten nicht vielleicht? Und deswegen war das danach auch ein sehr intensiver, harter Prozess, indem wir mit der ganzen Gruppe, dem ganzen Team genau untersucht haben, stimmt das, was wir gemessen haben? Und es hat sich dann auch bewährt und wir konnten es auch bestätigen. Und ja, der Moment ist dann auch öffentlich zeigen zu können im April, am 10. April 2019, das erste Mal. Das war auch so ein befreiender Moment, wo man das dann auf einmal teilen konnte mit dem Rest der Welt. Und dann war es nicht nur das, was wir gesehen haben, sondern man konnte es mit der ganzen Welt teilen. Und das war mindestens ein genauso schöner Moment wie die erste Begegnung. Nun ist es in der Wissenschaft so ein bisschen wie im Journalismus auch. In der Regel kriegt nur der Allererste die Lorbeeren. Gab es irgendwann in diesem ganzen Prozess mit der Datenverifizierung etc. irgendwann mal den Zeitpunkt, wo Sie tatsächlich Angst hatten, dass Sie vielleicht nicht mehr der Erste sein könnten? Also ich wollte es, wir hatten es ja vorgeschlagen, vor 20 Jahren schon. Und ich wollte, dass das passiert. Und es war, ich musste nicht unbedingt der Erste sein, der es dann auch selber macht. Ich wäre auch zufrieden gewesen, wenn es andere gemacht hätten. Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, es hilft auch, wenn du da selber nochmal wirklich da pushst und deine Energie reinsetzt, damit es auch passiert. Und um auch auszudrücken, das hier ist auch eine weltweite Kollaboration. Denn wir haben es ja auch gleichzeitig präsentiert. Ich habe es in Europa präsentiert für die europäischen Kollegen, stellvertretend eigentlich für die ganze Gruppe. In Amerika hat es ein amerikanischer Kollege gemacht, in Chile ein anderer Kollege, in Japan, in Taiwan. Also um die Welt herum wurde das vorgestellt. Ja, wir hatten eine der größten, vielleicht sogar die größte Pressekonferenz. Aber tatsächlich ist uns wichtig auszustrahlen, das ist eine Teamleistung am Ende gewesen. Es war zwar, denke ich, ein Traum von mir am Anfang, der aber dann doch zu einem Traum von vielen geworden ist. Und ich denke, dass auch viele am Ende auch im Scheinwerferlicht standen. Und da bin ich dann auch ganz dankbar vor. Also wenn ich da nur alleine gestanden hätte, wäre das auch nicht so schön gewesen. Weil es waren ja doch 300 Menschen, die daran gearbeitet haben. Und das ist uns auch schon wichtig zu sagen, hey, das ist hier eine Teamarbeit gewesen. Aber nichtsdestotrotz, mal ganz ehrlich, Herr Falke, wie groß haben Sie sich das Rahmen und ins Wohnzimmer hängen lassen? Es hängt bei mir noch nicht, aber mein Vater hat es aufgehängt. Und es hängt bei uns in der Uni, unterschrieben von all meinen Doktoranden und Postdocs und Mitarbeitern. Und das ist tatsächlich ein wertvolles Bild, weil da nicht nur die Wissenschaft drinsteckt, sondern auch der Enthusiasmus und die Träume eigentlich aller meiner Kollegen und Teammitglieder. Und ja, das ist schon ein schönes Erinnerungsstück. Vielleicht können wir ein ganz kleines bisschen auf diese Methodik dahinter eingehen, weil es heißt, es ist ein Foto, aber es wird wahrscheinlich so ein bisschen anders funktionieren als irgendwie ein schnelles Selfie, was man mal unterwegs macht. Wie fotografiert man eigentlich tatsächlich ein schwarzes Loch? Ja, da gibt es viele Schritte von dem Licht, das auf der Erde ankommt, bis hin zum Bild, das am Ende da ist. Zugrunde liegen tatsächlich dieselben Prinzipien, die auch in einer Kamera und in einer Linse passieren. Licht wird fokussiert, es wird abgebildet und dann muss man den Kontrast entsprechend verstärken und schaut sich das Bild entsprechend an. Die Mathematik ist das Gleiche, aber wir brauchen ein Teleskop, das so groß ist wie die ganze Erde. Und wir haben Licht, das nicht das Licht ist, was unsere Augen gewöhnt sind, optisches Licht, sondern wir haben Radiolicht. Das ist auch Licht. Radiostrahlung ist auch wie optisches Licht, es hat nur eine andere Frequenz, es hat eine andere Farbe. Aber physikalisch im Grunde ist es dasselbe. Wie baut man dann ein Teleskop, das so groß ist wie die ganze Erde und ohne, dass man jetzt die ganze Erde zu pflastert mit einer großen Schüssel. Wir haben Platz hier in Namibia. Ja, das wollen wir nicht. Wir würden auch viel Ärger kriegen, wenn wir das täten. Zum Glück gibt es da einen Trick und den habe ich nicht bedacht, den gab es schon vorher. Man kann ein Netzwerk aus Teleskopen bauen auf der ganzen Welt und die dann zusammenschalten zu einem virtuellen Teleskop. Jedes Teleskop schaut unter einer leicht anderen Perspektive auf den Himmel und diese leichten Unterschiede in der Position und in der Perspektive kann man hinterher wieder zusammensetzen. Man speichert das Licht bei den verschiedenen Teleskopen und man bringt es hinterher in einem Computer zusammen. Das, was normalerweise in einem Teleskop passiert, das Licht gebündelt wird, dieses Bündeln machen wir am Ende im Computer. Und Radiolicht kann man im Computer tatsächlich speichern. Das ist das Verrückte. Man kann Licht speichern. Und daraus kann man dann ein Bild rekonstruieren mit Computeralgorithmen. Dann muss man natürlich sehr genau hinschauen, funktionieren die Algorithmen, machen die das richtige Bild auch? Oder gibt es da vielleicht Unterschiede? Und die gibt es auch. So ein Bild ist nie völlig eindeutig. Deswegen war das ein sehr komplexer Prozess von Supercomputern, von verschiedensten Teams, die das untersucht haben, die ihre Ergebnisse verglichen haben, verschiedenste Methoden verwendet haben, verschiedenste Parameter, tausende Parameter verändert und verglichen, also tausende Parameter probiert haben und geguckt haben, wie robust ist das Ergebnis eigentlich? Das war der harte wissenschaftliche Prozess. Nach dem Foto kommen bewegte Bilder. Ist das realistisch? Ist es realistisch, dass wir irgendwann tatsächlich auch eine Art Film von einem schwarzen Loch bekommen können? Ja, wir dürfen uns nicht Hollywood vorstellen, sondern was wir sehen werden, ist, dass sozusagen Licht sich so ein bisschen um das schwarze Loch herum bewegt und wir hoffen dadurch Geschwindigkeiten zu messen, vielleicht auch zu messen, ob das schwarze Loch selber sich dreht, ob der ganze Raum sich dreht. Das ist das Merkwürdige. Schwarze Löcher können sich drehen und sie können den Raum drumherum, den leeren Raum mitnehmen. Und sie würden das Licht mitnehmen. Und diese Effekte versuchen wir zu messen. Wir sind immer begrenzt, weil die Erde so groß ist, wie sie ist. Wir hätten sie gern zweimal größer. Dann würden wir doppelt so gut sehen können. Aber tatsächlich fehlt uns bis jetzt ein großer Teil der Erde. Die meisten Teleskope stehen in Amerika, Süd- und Nordamerika und ein bisschen in Europa. Und ganz Afrika fehlt. Da fehlt eine ganz wichtige Perspektive. Und deswegen ist es im Moment sehr, sehr schwierig, um solche bewegten Aufnahmen zu machen. Dazu brauchten wir eigentlich mehr Teleskope. Wir brauchen sie in Afrika. Und deswegen ist Namibia so ein wichtiger Ort für uns, so ein Hoffnungsort, um diese Bilder und diese bewegten Bilder in Zukunft zu machen. Sie werden am Anfang nicht so toll sein, aber sie werden besser werden mit der Zeit. Wenn wir mal bei Namibia bleiben. Sie haben in einem Interview mit Deutschlandfunk Nova mal gesagt, dass Namibia den besten Sternenhimmel der Welt hat. Ist das tatsächlich so? Chile hat auch einen sehr guten, aber ich glaube, dass das in der absoluten Top-Liga spielt. Also ich glaube, besser als in Namibia oder in Chile geht es eigentlich nicht weltweit. Warum? Weil Namibia sehr dünn besiedelt ist. Es ist wirklich, es ist kaum Licht. Kein störendes Licht. Es hat eine sehr klare Luft. Es ist relativ hoch. Wir haben uns noch nicht so hoch, dass die menschlichen Augen nicht mehr funktionieren. Man kann auf sehr hohe Berge gehen, aber dann funktionieren die Augen gar nicht mehr so gut, weil wir nicht mehr genug Sauerstoff bekommen. Und das Allerwichtigste ist auch die geografische Lage. Hier ist das Zentrum der Milchstraße fast direkt über einem. Das sind die dichteste Konzentrationen aller Sterne in unserer Milchstraße. Und da bietet sich einem eigentlich der schönste Blick auf den Sternenhimmel. Insofern denke ich, ist es kein Zufall, dass Namibia und Chile, die sozusagen auf ähnlichen Breiten liegen, dass das eigentlich so die Traumziele für Amateurastronomen sind. Und für professionelle Astronomen ist es so, dass die alle nach Chile gegangen sind bisher. Sie hätten auch nach Namibia gehen können. Und vielleicht können wir das so ein bisschen korrigieren in Zukunft. Ist da vielleicht auch Ihr Besuch ein wichtiger Schritt? Das ist mir auch ein bisschen Anliegen, um das auch nochmal zu sagen. Freunde, ihr habt hier eine tolle natürliche Ressource. Das ist euer Sternenhimmel. Das macht euch nochmal besonders. Schaut hoch, schaut euch das an und lasst es auch andere sehen. Und benutzt es für einfach die Schönheit, um die Schönheit zu genießen. Touristen werden das natürlich genießen. Genießt es selber. Aber man kann es auch gut für die Astronomie benutzen. Einen Nachteil hat Namibia tatsächlich, es hat nicht ganz hohe Berge. Insofern ist es nicht so, dass alle Teleskope hier hinkommen, aber zum Sterne gucken und für so ein Teleskop, das wir haben, planen, ist das eigentlich genau richtig. Wenn wir jetzt generell mal auf Ihr Forschungsfeld blicken. In den letzten Jahren sind mehrere Nobelpreise in den Bereich der Astronomie und der Astrophysik gegangen. Ist das gerade so ein bisschen das Infeld der Wissenschaft, wenn man das so formulieren darf? Ja, das denke ich kann man schon sagen, dass wir erleben gerade das goldene Zeitalter der Astronomie und der Astrophysik. Unser ganzes Weltbild hat sich doch dramatisch geändert in den letzten 100 Jahren. Und wir haben in den letzten 20 Jahren eine unfassliche Beschleunigung unseres Wissens, der Daten, die wir bekommen, der Qualität der Daten. Also solche tollen Bilder, die wir im Moment sehen dürfen, und die durfte keine Generation vor uns sehen. Und wir haben ein ganzes Weltall, das wir entdecken können. Da gibt es so viel zu finden. Und es gibt halt moderne Techniken, Teleskope, Datenverarbeitung in allen vermöglichen Wellenlängen. Es ist ein unfasslich dynamisches Feld, was wächst und wächst. Und man merkt auch, wo jetzt hier Grundlagenforschung und Physik gemacht wird. Es ist nicht mehr nur, wir schauen auf die Sterne und genießen die Schönheit und zählen ein paar Sterne. Nein, wir lernen fundamentale Physik, die man teilweise auf der Erde gar nicht lernen kann. Wie ein schwarzes Loch aussieht, was am Rand von schwarzen Löchern passiert, das kann man eben nur im Weltall messen und sehen. Und die Natur von Raum und Zeit verstehen, kann man letztlich nur im Weltall. Zu verstehen, wo wir herkommen, wie die Erde entstanden ist, die Sonne, wie das ganze Universum entstanden ist, das kann man nur dadurch schauen, dass man in den Himmel guckt. Man wird nie alle Fragen beantworten können, aber im Moment erschließen wir den Himmel wieder ganz neu mit den neuen Teleskopen und Möglichkeiten, die wir haben. Auch wenn wir vielleicht nicht alle Fragen beantworten können, eine ganz, ganz wichtige Frage gibt es, und das ist die nach dem Leben, nach dem Universum und dem ganzen Rest. Meine Frage an Sie, Herr Falker, abschließend. Ist da tatsächlich 42 die Antwort? Ja, das könnte sein. Tatsächlich ist die Größe des schwarzen Lochs in M87 war 42 Mikrobogensekunden groß. Ich war doch sehr überrascht, dass die Antwort in unserem ersten Artikel über das schwarze Loch 42 war. Aber es wird nicht die Antwort auf alle Fragen im Universum sein. Es gibt noch viel mehr zu entdecken. Herr Falker, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Gern geschehen. Auf UKW, im Internet oder über Satellio. Hitradio Namibia.